Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 die besten Reboa der Test. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5 haben wir die Maxi-Cosi-PA. Unser 10. Platz wurde vom Maxi-Cosi-Reboa der PL ohne erreicht. Das EasyFix-System ermöglicht die Montage des Herstellers ohne Basis für engagierte Kunden. Doppelkäufe können Sie verhindern, wenn Sie zu Hause bereits eine gute Basis haben. Die Kompatibilitätsliste für Stationen, die zuvor mit dem Sitz erworben wurden, finden Sie auf der Angebotsseite. Für Kinder mit einem Gewicht von 9 bis 18 kg gehört der Autokindersitz Maxi-Cosi zur Standardgruppe. Er ist für den Gebrauch zwischen 4 Monaten und 4 Jahren geeignet. Es soll bis zu einer Kindergröße von 105 cm verwendet werden, um Nacken und Kopf besser vor einem Unfall zu schützen. Umzug auf Nummer 4, haben wir die UI-Iventure. In drei unterschiedlichen Farbvarianten ist der Iventure Reboa der zur optimalen Anpassung erhältlich. Während die Version von Dark Better Grautöne verwendet, ist die Pseer dunkelblau. Das Embedersichen ist ebenfalls erhältlich und in braun gehalten. Die Sitzbezüge lassen sich leicht abnehmen und in der Wäscherei reinigen. Weil Komfort weitaus höher ist als Farben, verfügt Ihr Kind über ein eingebautes Belüftungssystem und einen 7-fach verstellbaren Neigungswinkeln. Die Sicherheit Ihres Kindes wird auch durch einen Jui-Kindersitz gewährleistet, da die Schale zusätzlich mit Stahl verstärkt ist. Auf Platz 3, haben wir die Jui-Spin. Der Jui-Spin 360 wurde fünfter und ist Mitglied der Klassen 0 Plus und I. Daher eignet es sich hervorragend für Kinder von Anfang an, die rückwärts fahren. Der Sitz lässt sich ab einem Gewicht von 9 Kilo drehen, wobei bis zu 18 Kilogramm eingesetzt werden können. Den Reboader erhalten Sie in Melod oder Schwarz bei Jui-Spin. Es gibt auch einen Isofix-Mechanismus, der Ihre Montage vereinfacht. Im Lieferumfang enthalten sind sowohl die Basisstationen als auch der Ständer. Darüber hinaus ist der Autositz mit einem dreischichtigen Sicherheitskonzept ausgestattet, das Ihrem Kind bei Beeinträchtigungen ein hohes Maß an Sicherheit bietet. An 5 Stellen ist der Gürtel arretiert und beinhaltet ein nicht glitzerndes Komfortkissen. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Hauk Ebro Kiez. Der Hauk Reber der Ebro Kiez geht mit unserem dritten Platz weiter. Es ist ein Set, weil Sie eine Basis und einen Sitz bekommen. Dank Isofix-Haken können Sie die Station schnell am Körper befestigen und mit dem Standbein fixieren. Für Kinder abgebohrt ist 4 Jahre bzw. bis 105 cm Körpergröße ist das Modell mit den Standardgruppen Easy 2 und 0 Plus und I akzeptabel. Die eingebauten Neugeborenen-Einlage bietet Schutz für Kinder und Sie können die Einlagen nach Bedarf einfach herausnehmen. Baby ist älter. Der zweite Abschnitt des Sitzküssens befindet sich im Reboader, so dass ein guter Komfort erhalten bleiben kann. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Bretax Römer Reboader. Sie erhalten den Bretax Römer Reboader, der über das Isofix-System mit dem Körper verbunden wird, mit einer Basisstation. Bei einem Unfall sorgt ein integrierter Stützbalken für noch mehr Sicherheit. Hier können Sie den Autosieds auch um 360 Grad drehen. Wenn er Nachwuchs rückwärts fährt, können Sie nachträglich ein zukunftsweisendes System installieren. Die Funktion hilft Ihnen aber auch dabei, sich nicht über Ihren Nachwuchs zu bücken. Es enthält einen 5-Punkt-Gut zur Sicherung Ihres Nachwuchses im Reboader. Sobald Ihr Kind darin platziert ist, ziehen Sie den Gürtel fest und ziehen Sie ihn fest. Neben dem Riemen verringert ein einzigartiges Schulterpolster die Vorwärtsbewegung bei einem Seitenschlag. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.